so weiter geht's mit hogwarts legacy und wir machen wir sind immer noch in der küsten mine die kann man verkaufen die zwei sachen und auch das kopfgeber weiter geht's ich verzwiebeln war das toll dabei ein dutzend menschen zum kämpfen die erledige ich alle menschen laufen immer weg wenn sie mich sehen dass du mal Warte mal kurz, ich kann mal kurz meine Dings umstellen, meine, meine, bringt ja sowieso jetzt nichts mehr. Warte, was hast du denn? Den hole ich mir mal ganz kurz. Ich muss mal hier raus aus der Nummer. Wo ist denn der Troll? Da oben! Jetzt habe ich die Nummer. Warte mal. Ich will Bombarde einsetzen. Nee, Konfrendo war es nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich baller mich gerade durch die Träule durch, aber das ist, glaube ich, die einzige Gegner, die ich noch habe. Ich baller hier gerade mit Unverzeihlich nicht dagegen. Ich kann nicht hier das... Oh, jawohl! Das war echt knapp. Ja, der war... Nicht ohne der Kollege hier. Mal durchhalten wir gerade. Achso! So, da ist der Bohrer, aber wo kann ich da jetzt irgendwas stoppen? Warte mal, welche Säulen will der... Ach, die sollen da... Ach, die sollen da... Ach, die sollen da... Ach, die sollen da... So... Jetzt... Das ist ungünstig. Aber hier... Wir bauen noch einen. Ich habe den da draußen gefunden. Lord Grog... Willst du dich entschuldigen, Kleiner? Ich will es beenden! Was hast du mir mitgebracht? Das kann nicht sein. Die ganze Zeit... Wusstest du... Wusstest du, wo es war? Ich glaube, Wook wird mit der Final Gegner sein. Dass wir jetzt... Wenn wir ballern... Wenn wir... Und wenn wir... Äh... Wook wird der letzte Gegner sein. Wie alle anderen ihrer Art... Hat dich doch nur benutzt. Das stimmt nicht, Wrenrock. Die Jüngeren sind besonders tückisch. Man lehrt sie, ihre Verachtung zu verstecken, um uns auszunutzen. Unfassbar, dass unsere Vorfahren sich jemals vertrauten. Die ganze Zeit... Suchte ich überall das letzte Verhältnis. Ich suchte vergeblich nach Blackbors letztem Buch. Verschwendete meine Zeit. Ein Kind. Und mein Bruder... Wusste die ganze Zeit Bescheid. Aber ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche euch alle nicht. Ich wollte es dir bringen. Du bist eine Schande für die Kobolde! Nein! Avada Kedavra! Vom eigenen Bruder ermordet. Deshalb hat er so sehr versucht, ihn aufzuhalten. Ich verlasse die Mine! Nichts wie raus hier! Oh ja! So, hier müssen wir jetzt raus wahrscheinlich, oder? Doch nicht! Achso! Das ist richtig! Dass ich hier mit dem Ding rummuss? Oh, da fahre ich jetzt wieder tiefer rein. Habe ich jetzt gerade die falsche Richtung gemacht? Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Ich dachte, wir sehen glaube ich schon wieder unterwegs in die falsche Richtung! Wir müssen hoch! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Ich versuch' jetzt verarschen. Nee, wir müssen hoch. Wo komme ich denn jetzt in dem? Wie kann ich denn jetzt? Hä? Warte mal. Den Weg habe ich gesucht. Das habe ich den Weg gesucht, ja. Wir sind nämlich hier runter und ich gehe jetzt hoch. Jetzt sind wir richtig. Jetzt muss ich nur irgendwie Weg finden, hier rauszukommen. Im Idealfall so. Ich bin nur in die falsche Richtung gefahren, aber alles ist gut. Jetzt sind wir nämlich... Jetzt sind wir richtig. Ich muss mich mit Fick in der Kartenkammer treffen. Er und die Hüter müssen erfahren, dass Renrock das Tagebuch hat und weiß, wo das letzte Behältnis ist. So, Auftrag abgeschlossen. So, warte mal. Ich muss mal Lumos ansetzen, wenn ich zurück... Oder kann ich jetzt mal die Karte geben? Karte von Hogwarts? Ähm... Ich würde ja gern mal... Ich habe immer zwei raumende Wünsche, aber ich glaube, da komme ich irgendwas zum Entpacken. Und in der nächsten Folge begeben wir uns zur Kartenkammer. Oder ist das der weitere... Ist das der weitere Request? Oder... Ja. Letzte Prüfung. Und dann geht es in die letzte Prüfung. Aber warte mal, ich möchte ganz kurz... Ich habe keine Runde, die Vizeprausrüstung, okay? Na gut. Sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Bin ich auch. Gut. Äh... Ich komme raus zum Astronomietum. Und in der nächsten Episode geht es zur Kartenkammer. Bis dahin und auf Wiedersehen. Mal let's play Hogwarts Legacy. Ich komme raus zum Astronomietum. Ich komme raus zum Astronomietum. Ich komme raus zum Astronomietum.